Achtung, ich nehme sofort ab. Und ich vermute mal, das Video wird später Anleihen zu sehen sein an ihrem PC. Wunderbar, wunderbar, nicht? Wer damit nicht einverstanden ist, soll bitte Bescheid geben. Der Name wird natürlich gefakt. Mit schwarzen Balken und so. Ich bitte Sie, uns den Platz zu sagen, wo wir unsere Rucksäcke gleich wieder abholen können. Danke sehr. Einfacher Marktplatz nebenan. Genau da, wo wir gestartet sind, werde ich den Monok wieder landen. Roger. Und dann können Sie sich den dort selbstverständlich wieder abholen. Ich bitte dann aber darum, dass um Ehrlichkeit, dass jeder wirklich den Rucksack wieder rausnimmt, dem er auch gehört hat. Falls es der Fall ist, bitte sofort zurück tun und den richtigen wieder rausholen. Danke. Alles klar. Ja, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich werde euch laden hoch diese wunderschöne Filmmaterial. Und dann, sie können gucken wundervoll, wie sie haben gemacht, springen von weit oben in Richtung dort. So, 1.100 Meter. So, ich möchte natürlich auch sagen, die ganze Aktion ist natürlich von der Oltis-Polizei abgesichert. Es befinden sich mehrere Officer mit an Bord. Und das Ganze ja auch ordnungsgemäß von Starten geht. Dass wir das hier kontrollieren und wünschen allen einen angenehmen Flug auch von unserer Seite aus. Vielen lieben Dank. Äh, noch als kleine Anmerkung von mir, wenn ihr mit dem Fallschirm aufsetzt, bitte versucht es nicht auf Hausdächern. Ich werde euch dort nicht einsammeln. Landet am Marktplatz und landet mit nicht mehr als 5 kmh, sonst geht ihr dabei auch drauf. Schön abbremsen mit W und S. Also mit W werden wir schneller, mit S langsamer. Äh, einen angenehmen Flug dann. Überbringens, wir sind auf 1.800 Meter, also es dauert noch ein bisschen. Ihr könnt euch also noch eine rauchen, wenn ihr möchtet. Mikrofon aktiviert. Oh, Getränke werden auch ausgeschenkt. Eigentlich fehlt nur Speed. Ja. Getränke werden natürlich auch ausgeschenkt, also wer etwas möchte, würde gerade Bescheid sagen. Oh ja, ich hätte gerne gleich einen Schluck Wasser, wenns geht, bitte. Oh, das ist kein Thema. Wasser haben wir natürlich sofort an Bord, einmal mit. Ich hatte auch noch Kaffee an Bord. Äh, aber sag mal Bunker, sollte ich die Fallschirme der Polizisten jetzt kaputt machen und durchschneiden, oder sollte ich das vorher machen? Äh, das sollten sie vorher machen, Herr Hans. Äh, das ist ja ganz unter uns, das kriegt ja keiner mit, wir haben das schon getan. Achso, ja dann, gut. Sehr gut, sehr gut. Wahnsinn. Der Pannenservice ist nicht nur sehr kompetent, was Autos betrifft, sondern auch so eine wunderbare Kompetenz in einem, als Stewardess hier. Das ist ja Wahnsinn, Wahnsinn. Natürlich, natürlich. Wir haben auch noch Donuts an Bord, also wer auch einen Donut möchte. Unglaublich. Da nehme ich gerne mal einen. Die Polizei, wo uns vorhin neben uns mehrfach gestorben ist, durch einen netten Crash, den Billy the Kid von uns hat, hat so einen Kaffee an Bord. Wir sind schon noch gut, freundlich gesponsert, Herr Haku, das war ein Sponsor. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, danke an dieser Stelle für den Kaffee. Und die Donuts, die waren sehr lecker. Alter, ähm. Ja, und hier nochmal mein, äh, ausdrückliches, äh, Entschuldigung dafür. Guck mal, hier ist ein Regenbogen draußen. Oh, guck mal, Regenbogen draußen, guck mal, Regenbogen. Boah, Bunker, Alter, du leckst, du leckst übel, Alter. Echt? Da muss ich... Ja, ja. 2900 Meter Höhe, ich denke, wir können jetzt gleich abspringen. Gott, der Haku sagt Bescheid. Das hab ich schon erwähnt, ich hab Höhenangst. Kein Problem, Atommonkey. Das ist bei uns genau richtig, wir nehmen uns an die Hände, Herr Atommonkey, Sie brauchen keine Angst. Machen wir auch ein paar Formationen? Oh mein Gott, haben Sie eine Kurztüte für mich. Ich bitte Sie, Herr Monke. Wir können jetzt... Ah, Atommonkey, kommen Sie hier, ich halte Ihnen den Kopf. Dann ruhigen Sie sich. Oh, danke, danke. Ich bitte jetzt um Ruhe, bis... Monke, jetzt reißen Sie sich mal zusammen, wir sind hier Polizisten im Dienst. Ich bitte um allgemeine Ruhe nochmal. Nimmst du als letztes? Ja, ja. Nimmst du schon auf, dann gibt's was... Ich nehm schon die ganze Zeit auf. Jo, also Aldi. Auto ist auf. Okay. Also, Haku, sag an, 3, 2, 1, los. So, bevor wir springen... So, 3, 2, 1, springen. Ja, ganz schön, das wurde nicht als der DM-Mann gesehen. Ja, wollte ich nicht. Ach, scheiße. Oh mein Gott, beim Fall. Das sieht aus, das sieht aus. Oh mein Gott, beim Fall. Das sieht aus, das sieht aus. Nein. Sehr aber geil. Wann sollen wir mit dem Fallschirm überziehen? Nur bei 300 Metern. Guck mal, Regenbogen. Guck mal, Regenbogen, Alter. Regenbogen. Ja, ich bin erst mal weg, ne. Tschüss. Jo, tschau. User left your channel. Man öffnet hier einen Fallschirm. Vollrad, Alter. Stab nicht weg, man. Aldi. Jetzt mal öffnet einen Fallschirm aufgeschissen. Haha, wer braucht schon einen Fallschirm, Alter. Ich hab schon aufgemacht bei 600 Metern. Ja, ich auch. Nee, ich hab bei 400 irgendwas aufgemacht. Ja, ziemlich genau bei 300 gerade. Sieht gut aus. 520 kmh-Bunker. Willy ist tot, Alter. Pfff, wie ich. Ich glaub, ich bin gerade gestorben. Ich glaub, ich bin gestorben, weil ich bei dir reingeflogen bin. Blizzfreund. Ich war zu nah an dir dran. Bam, tot. Bam. 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 Feuerball, Junge. Ja, aber du hast keinen Feuerball gehabt. Ja, aber... Oh, scheiße. Maxi ist auch tot. Maxi wurde getötet, Alter. Was macht ihr? Der Maxi ist voll mich reingerast gerade. Hm, das ist natürlich ärgerlich. Ja, das sieht man nicht unbedingt auf dem Video, aber der Absprung sah geil aus. Also aus meiner Perspektive der Hammer. Ja, bei mir sah das auch gut aus. Ich bin als letzter gesprungen. Ja. Ich lad das dann hoch. Panzer, aber ist im Dienst oder sowas. Ja. Jetzt muss ich mich hier extra nochmal neu ausrüsten. Oh. Oh, das ist Tuk Tuk. Das ist ja auch so teuer, die ADAC-Klamotten, ne? Ja, das ist ein halbes Vermögen. Ich hoffe, ich zerfleisch jetzt niemanden mit dem Mohawk. Mal gucken, wie viel jetzt überhaupt ankommen von der ganzen Truppe. Guten Tag, guten Tag, Freunde. Guten Tag. Nicht so viele. Oh, noch mehr Falschmenschwitzig. Was ist denn hier los? Das ist gerade vom PAN-Service freigegebenen Falschmenschwung. Aber wir müssen auch noch ein bisschen drüben. Na, Herr Atommonkey, hatten Sie Spaß? Hatten Sie Spaß? Ja? Ja? Ja. Sekunden. Mikrofon activated.